so hallo und herzlich willkommen hier zu modern warfare das gegen big 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 mana genau ja wir zocken modern warfare 2 wie ihr seht es hier wir zocken die karte rast und sagen warte mal klassen wir brauchen statt einfach mal erst level 70 das liegt aber daran dass er mal gehackt worden ist und ja gut der sk 141 was die sk 141 im team so ich bin bei opfer so 21 und los wollen wir mal gucken alter ich verstehe das nicht fast tot ja fast 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 da müssen wir erstmal wo ist denn der big mana alter ich kann das spiel eigentlich nicht so gut what the fuck fuck das gibt es nicht das ist was komische ich bin aber total angespannt ganz ehrlich ja natürlich ist man angespannt und möchte ja natürlich auch dann gewinnen oder verlieren alter ich treff dich und ich verstehe das nicht das liegt einfach daran dass du dem verfickten scheiß level bist ohne spaß das ist sowas von gemein eigentlich verstehe ich nicht auch hat mich gezielt im rennen kannst du nicht zielen ist mir auch jetzt schon paar mal darum glaube ich jetzt gar nicht mehr mit rennen hier rum weil das bringt gar nichts drei abschussserie dingsbund wie macht man das eigentlich noch mal ach so aufklärungsdrohne online aha ach die nehmen wir auch oder was das ist ja egal die hauptsache das ist ja wirklich egal kannst du ja auch nehmen hast du auch genommen nein schon mal wo wir gezockt haben wo ich bin gerade so angespannt ohne spaß richtig angespannt ich hab dich gesehen ich hab dich gesehen aber du warst leider rand ist gerade in dem moment das aber mit einem schuss vorräte bereit zur auslieferung aber zufällig dass ich dich jetzt da gesehen habe wie gibt es sowas wie zufällig bei dir ja das verstehe ich nicht vorräte bereit zur auslieferung wo sollen sie hin aber habe ich mich erschrocken dass du die leute manchmal gar nicht weil das verstehst du das ist so also kann man schlecht erklären wer denn da jetzt draußen wie bitte da hupt jemand alter schwede alter fast alles ja ich sag ja du bist einfach mit deinem vorräte warten auf zielvorgabe 0 ja ich dachte Boah, Alter, die Anspannung, die ist so extrem. Nein! Das ist aber... Was? Wie wirft man eigentlich nochmal Granate? Mit... Geh, glaube ich. Geh, ganz normal, ne? Wie bei jedem. Ja, das ist... Wenn man lange Zeit keinen Ego-Shooter mehr gespielt hat, muss man ganz ehrlich sagen... Alter... Dann kommt man voll aus der Übung, muss man... Ist das auch irgendwie aufgefallen? Jetzt redet der wieder. Weil vorhin hat der rumgeheult. Ja, natürlich. Ich weiß auch einfach, unfair ist eigentlich. Ja, und jetzt ist er wieder fröhlich. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich war ich nie? Wie? Er ist doch einfach traurig. So traurig. Puh! Hahaha! Das Geile ist, dass man immer so Scheine verliert. Ist nicht mal aufgefallen. Vorräte warten auf Zielvorgabe. Wiederhole. Vorräte warten auf Zielvorgabe. Ey. Ach! Jetzt ist er nämlich wieder richtig. Wuh! Ja, scheiße. Ich musste grad nachladen, ey. Ich bin grad am nachladen, ey. Ich hab' einen Semtex hab' ich. Vorräte bereit zur Auslieferung. Wo sind Sie? Vorräte bereit zur Auslieferung. Vorräte bereit zur Auslieferung. Vorräte warten auf Zielvorgabe. Wiederhole. Vorräte warten auf Zielvorgabe. Wuh! Alter Vater! Es ist eine richtig knappe Kiste hier. Ja. Boah! Unnormal, ey. Ich glaube, wir hätten so eine Megakarte genommen. Ja. Da hätten wir uns ja nie gesehen. Ja, das ist es halt leider bei so großen Karten. Ja, ich bin einfach nicht der Typ dafür. Nein, oder eigentlich weniger. Ich weiß auch nicht. Weil ich halt, wie gesagt, nicht ganz so extrem der Profi-Dings, wo ich da drin bin. Eigentlich gar nicht, muss ich sagen, weil ich das eigentlich ja nur so als Hobby alles mache. Also darum, mich fesselt sowas auch nicht. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen. Ist das geil! Was, ey? Alter, Samtex habe ich nicht so... Oh, ich bin... Du hast vorhin rumgeheult. Ich kann das jetzt sagen. Das sage ich auch ganz ehrlich. Wir haben vorhin eine Aufnahme gemacht. Da war jetzt nur seine Webcam-Scheiße. Und er so, nee, lass uns das nochmal bitte machen, ey. Bitte. Ja, nein, das liegt auch daran, dass du schon für 70 bist, du kleiner Homo-Fürst, ey. Das ist das Problem, weißt du? Du bist... Du bist Dings hier. Ähm. Nee, du hast wegen der Webcam rumgeheult. Ist natürlich auch scheiße. Ich bin immer so nett und sag dann, okay, komm. Warum spawnt man eigentlich immer da, wo man... Ja, einfach so. Ja, 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 ja. Jetzt seid ihr die Ecke. Hallo. Nein, das war eigentlich, nein. Nee, aber das war jetzt schon ein bisschen, äh... Die Zeit fährt knapp! Hm. Hä? Was ist? Wo bist du? Die Zeit fährt knapp! Weil es wird immer wieder Zeit knapp. Ja, genau. Wieso kriege ich eigentlich nicht die Sachen freigeschaltet? Diese, äh, Kameradings und sowas halt. Na, du hast gewonnen. Ja. Vorräte bereit zur Auslieferung. Wo sollen sie hin? Boah, er hat gewonnen! Aber komm, das war jetzt echt spannend. Aber ganz knapp. Das war echt knapp. Also, irgendwann hat mich echt am Anfang so... Ich hab gedacht, scheiße, ey. Wie kann ich jetzt nur so, ey? Was auf jeden Fall. Ähm... Boah, ich war richtig aufgeregt. Ich hab so gedacht, scheiße, Alter. Der macht mich jetzt auch noch hier noch fertig, ey. Weißt du? Ja, ist halt so. Ich hab halt die Bestrafung, muss ich dann halt Montag machen. Aber egal, wie gesagt, Samstag kommt trotzdem noch eine Folge. Genau. Ähm, weil es halt, wie gesagt, nicht jetzt irgendwie heißt, äh... Ne? Ja. Äh, ja. Äh, hast du denn jetzt irgendwas schon ausgedacht, was du machen hätten können, so gegen mich? Nein, eigentlich nicht. Ähm. Ja, oder wir machen es so. Wir überlegen uns das noch. Und dann geben wir Samstag erst preis. Stimmt. Das können wir natürlich auch machen. Genau. Dass wir dann sagen, bei dem Spiel, was wir Samstag zocken, dann, äh, ja, geben wir es preis. Wie gesagt, Samstag ist es eigentlich dann eigentlich nur noch Lullatsch-mäßig. Egal, wer was, wo, wann und wie. Und, ähm, äh, ist halt ein bisschen deprimierend für mich, dass ich jetzt die zweite Woche hintereinander schon verloren habe. Ja, okay, aber das wird noch nicht mehr aufkommen, da werde ich. Genau. Ähm, wahrscheinlich auch oft machen. Das Gute ist ja natürlich, das einzig Positive ist, dass ich dir jetzt mehr Zeit habe, um mir irgendwas auszudenken für dich. Weil du musst ja nur noch was ausdenken für mich. Ich muss mir ja nichts mehr ausdenken für dich. Ja, stimmt auch wieder. Genau. Und, äh, du, ich kann ja ein paar Sachen mir immer so aufsparen. Und dann, wenn ich mal gewinne, dann kann ich irgendwas Geiles raushauen. Du musst jetzt immer, immer überlegen, wenn du jetzt gewinnst. Ähm, ja. Ist halt... Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann am Samstag um 20... Genau. ...eine Rache hat. Und dann seht ihr Montag dann um 20 Uhr dann halt die Bestrafung. Ähm, wo ich mich vielleicht dann zum Clown machen muss. Oder irgendwas zocken muss oder so. Oder mir irgendwas holen muss. Und das dann zocken muss, was ich gar nicht mag. Oder keine Ahnung wie. Und, äh, ja. Das sagt er aber auf jeden Fall am Samstag. Und ich würde sagen, Dankeschön nochmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.